China to Love von Trimax Part 3 Wir werden ein Abonnier nicht vergessen Wir gehen rein Ich versuche jetzt wirklich mal nicht zu lachen, zu laufen Trimax hier Ich habe in die falsche Kamera geguckt Mein Fehler Wir mussten, warte mal, warte, stopp, stopp Das ist, okay, okay Mach jetzt ernst, okay Wir machen jetzt alle ernst Wir versuchen jetzt nicht zu lachen Wir bleiben ernst Und bleiben stark Okay Gleich für die Watchparty ist es die hier unten Und für jetzt ist es die Ja, die Lost Moments ist wieder da Klar kommt das die Lost Moments Klar kommt das die Lost Moments So eine Scheiße Egal, fangen wir an Moin, Trimax hier Wir zocken heute wieder Fifa Moin, Trimax Das gibt es doch gar nicht Doch Das ist Fifa, da gibt es alles Junge, R9 C9 Wie die hat ihn genannt C9, der sieht voll gut aus Ich glaube, ich kaufe den mir auch Der rasiert bei ihm Fuhl, C9 Ey Elf Meter Ah, ja, gut Elf Meter Wie so ein kleines Kind Was damals mit Fußball spielen durfte Weil er so Weil man sich so Weil man so Mitleid hatte Ja, kommt ihr das Mitspiel Er wird gefoult Außerhalb des Strafraums Oder Torwart nimmt Hand Außerhalb des Strafraums Alle schreiten Elf Meter Jo, genau so ist Trimax auch noch Wie ein kleines Kind einfach Moin Ah, die schießt man nicht direkt, ne? Ne, die Elf Meter schießt man nicht direkt Flank einfach Hier hin Ja, würde ich auch machen Genauso würde ich es machen Oh ja, der ist gut Ne, der war nicht gut Oh, jetzt klopft das hier Äh, ja Fuck, fuck Ich muss weg Hey, du musst den Ball erstmals ausschießen Nein, das Spiel bricht ab Du kannst nicht einfach weggehen Okay, Glück gehabt, dass der jetzt Pause angefordert ist Alter, nein Doch Da ist ein Tor kassiert Nein Nein Was ist denn passiert? Oh, was? Der jeden Ball Jo, was war das? Dann halt er Er hat voll das mächtige Team Khalid, Mbappé T9 Oh Oh Ich glaube, CR7 ist da oben gerade auch noch Oh, krank Hätte ich genauso gemacht Was war das? Ja, weiß ich auch nicht Was war das? Ne, wissen wir nicht Was war das? Was war das? Ne, wissen wir alle nicht, was das war Aus einem Walkout-Weg Walkout Ja Was? Es hat sich schon gelohnt Ich feiere dich Brasilien Scheißes Scheißes Brasilien Falsch, was? Frankreich Pull it Gameplay ist bei ihm, glaube ich, auch witzig, ne? Pass mal jetzt auf Er sieht ihn da GANZ HINTEN Das kommt an Übel nice Übel nice Einfach mal Ecke Aber habt ihr nicht gerechnet Mit dem Pass habt ihr nicht gerechnet Ne Er war aus der Hölle Wetty Gold Schieß doch einfach Ich hab Karma kassiert Sag mal, wenn ich mein komplettes Team eines Tages ersetzen müssen Das wäre die Lautstärke Jo Was? Digga, ich höre das Set schon Ich bin Mute Wieso hört auf einmal die Regie Hallo? Jo, meinst du PC-Technik, ne? Die versagt einfach Die versagt einfach stabil immer Alex? Erzähl Kommst du mal kurz? Okay Ich bin auf Full Mute auf alles Aber ich höre das komplette Set gerade in Berlin Ja, guck mal Mute Bild Mute 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 Alles ist Mute Ich höre Der Stream hört auf das komplette Set Ja gut, alles klar Weiß ich Bescheid Danke Ich dachte, ich darf doch nicht rausgehen Ich dachte, das ist schon alles voreingestellt Ich hab mich schon gewundert Was knackst hier die ganze Zeit so Was rauscht hier so Und ich frag euch noch Hört ihr den Rauschen? Und ich sag, nein, wir hören keinen Rauschen Und ich denk mir, okay Dann wird schon alles richtig sein Fünf Minuten später Hören wir einfach ein Set Da hättest du schlenzen müssen Oder ein Stückchen gehen Ey, was? So, damit wir auch mal den Montana Black Den Montana Weiße sehen Kurz nach unten Was? Wofür? Hä? Wie geil Teja, wie unfair Wie geil, ne? Aber ich weiß, wo du hinschießt Wohin denn? Na, okay? Scheiße, scheiße, scheiße Nein! Ich weiß immer noch nicht, wie man Elmer schießt Ich weiß nicht, was man auch bei Freistößen Das weiß ich noch nicht Ey, Junge Walkout Jetzt ist es soweit Hals, Maul Brasilien Brasil, Brasil Äh, falsch, Spanien ZDM Sergio Busquets, verarsch mich nicht Wieso sag ich da Brasilien? Brasilien ja als blöd Also Brasilien Ja, ich weiß, ich weiß Ich war zu aufgeregt Darf ich das verwechseln? Ist das wieder eine Niete Digga, wie kann man einfach die spanische Flagge in Brasilien verwechseln? Ich kann dir das sagen Indem man Trimax heißt Moin Meister Das war schön blöd Und, äh, ja, Busquets sich auch schon zum vierten Mal Und der bringt einen Scheiß Boah, Freistöße kannst du aber Hoffentlich kein rotes Time-Finish Komm, mach, mach, drück Ja, ja, ja Super Super Scheiße, ich weiß, dass ich ein Loser bin Ja Freistöße und Elfmeter auf jeden Fall Freistöße sind so verballert Dann weiß er, ich kann das Spiel nicht Hey, rotes Time-Finish Ich finde das so funny Ich weiß nicht warum Ich finde das am witzigsten aus dem ganzen Video Dieses rote Time-Finish Immer bei Elfmeter und Freistoß Wow Ich habe gespürt Ich habe auch was Ich habe auch was gespürt So ein Ungleichgewicht der Kräfte gespürt auf einmal Wo der Gegner gerade surrendert hat Ich meine auch Ich habe So locker Ich habe einen Gegenstand in Also langsam 30, 40 kmh gespürt Also langsam Woh, das ist hier ein bisschen auf No-Sexual-Ebene aktiv, ne? Irgendwas, irgendeine Aura vom Gegner Der hat irgendwas Irgendein Gegenstand auf 30, 40 kmh beschleunigt Und kam dann abrupt zum Stehen Dieser Gegenstand Ich denke Ich denke Ich spüre Es könnte ein Controller gewesen Chat, zockt der Weekend League? Wenn ja, was holt der in der Weekend League? Das würde mich jetzt mal mächtig interessieren Schafft er Silber 1? Schafft er Gold? Schafft er Elite? Holt er Top 200? Ey Sag mir, was holt der Mann? Ich meine, er hat Ich werde auch schon gerade krank hier bei den Reactions Sein Controller Komplett gegen die Wand Elite Elf Siege Gold 3 Elf Siege Elf Also Real Talk 11 Gold 1 Gold 3 Junge Jeder sagt was Ich werde nicht schlau Gefeffert Ja, das muss es gewesen sein Ja Fuck, der kann jetzt nicht mehr zocken Okay, danke, Chat Er holt irgendwas zwischen Silber 3 Und Elite 3 Super Hat mich Ich habe meine Frage beantwortet Sogar ein Schaden an der Wand Krass, muss der Maurer kommen Das muss komplett gespachtelt werden Und neu gestrichen werden Oh, riskanter Pass Schiri Elf Schiri rufen bringt irgendwie nichts in dem Game Ist das hier nicht mit Spracherkennung? Nee So, erstmal ruhig Erstmal den Konter zerstören Den Spaß rausnehmen Erstmal Spaß runterfahren Nochmal zurück Auch mal ruhig spielen Das sage ich euch auch mal Auch mal nach hinten spielen Wir müssen ein bisschen Strecke machen Trimax, das gefällt mir, was du da machst Komm, nochmal nach hinten Und Spaß rausnehmen Spaß ist wieder weg Wieder auf Null Zurückgefahren Super nice Wir haben alle Spaß Das ist FIFA Dafür habe ich 10.000 Euro ausgegeben Erstmal ruhig Erstmal ruhig Probieren wir das mal hier lang Und jetzt schießt man auf ein Tor Ich sag's euch Man muss auch mal ruhig spielen Nee, keine Lücke gesehen Wieder zurück Spaß Erstmal ruhig Ruhig Das ist geil FIFA Das ist so nice, Alter So ein geiler Gegner Oh, ich wäre jetzt so gerne im Stadion Ich wäre jetzt so gerne im Stadion Wahnsinn Das sage ich auch mal Alter, hier fragt jemand Wieso spielst du nicht Weekend League Weekend League Weekend League Week Also W-E-E-K Neues Wort And Neues Wort L-E-A-K Weekend League Weiß denn, du wirst es jetzt daran so falsch Heißt doch Weekend League Oder nicht? End League Ist so richtig Heilige Scheiße Weekend League Digga, das klingt wie neues Format Von mir Weekend League Was? Was machen wir mit dem? Was machen wir mit jemandem, der so Keine Ahnung hat Ich bin hin und her gerissen Entweder Entweder geben wir dem Typen VIP Ja, doch Oder wir bannen ihn einfach Ich bin für Bann Wofür seid ihr für VIP? Ihr seid für Bann Einfach Bann Ich bin völlig überwältigt Von diesem Kommentar Digger, wir alle drei haben keinen Walkout Stell dir vor, der hätte den ehrlich gebannt Der arme Junge Er wusste nur nicht, wie Weekend League geschrieben wird Manu Toll Ey Mann, das ist gemein Wieso direkt Bann? Oh Mann Was hab ich denn bekommen? Bro Was? Was? Who the fuck is Mara? 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 Das frag ich mich auch immer bei meinem Team Of the Weekend Digga, ich hab jemanden, der spielt irgendwie eine Eishockeymannschaft Was ist das für ein Symbol? Was? Wie lang ist dein letzter Walkout her? Ähm Wer, was war Du Ballet? Ne, Die Bale? Wie heißt der? Du Ballet? Ich kenn die alle selber nicht Ich bin da ganz raus So geil, dass du die auch nicht kennst Einfach Ich bin ganz schlimm Da haben sich zwei gefunden Walkout! Oh, das ist ein OTV Das Land ZOM Real Madrid Oh, jetzt bin ich gespannt Wie spricht er den Namen aus? Odegaard Er spricht den Dijard aus Dijard, Leute Dijard wird jetzt kommen Passt auf Bitte D Dijard Oh, ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin der offizielle Quizmaster heute Quizmaster Ist der Gate? Ist der Gate? Fast und teuer Was war der denn? Ja, genau Gate Ne, keine Rote Ich kannte das nicht Ich kannte das nicht Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Man, ich weiß keine Ahnung Ich bin ein Einfach schießen Und mach keinen Timefinish Trybacks Das kann ich dir beibringen Ruf mich an Ich erkläre dir das Grünes Teipisch Oder kein Timefinish Nein Schießt Wieso war das jetzt rot? Wir werden aber mindestens Genauso hart Zombiemodus Oh, hier ist ein dicker No Bumbele No Bumbele Guter Pass Guter Pass Zweimal Zweimal machen die das Zweimal Zweimal machst du das Zweimal, ja Super Ist heute keiner da Von den Leuten, die da sind? Ist heute keiner da Von den Leuten, die da sind Sehr schnelle Stürmer hat er Oh nein Oh nein Was ist jetzt? Nein, Anwendungsfehler Ach so Ja Jetzt verstehe ich das erst Das ist scheiße Da fühlen wir jetzt alle wieder mit, oder? Ich habe 10.000 Euro für das Game ausgegeben Dann sind Freitagabend Von 19 bis 2 Uhr nachts Die Server offline Und dann crasht das Game Traurig Wieso kann er denn nicht schneller spielen? Oh Jordi Oh Ist er sauer? Oder traurig? Hat er schon mal einen Controller kaputt gemacht? Wegen FIFA? Nice Davon hat er jetzt zwei Tore, ne? Das ist halt so lange 0-0 Und dann Was ist denn das für ein Scheiß? Oh nein, oh nein, oh nein Hö? Oh, er hat den Wax-Treffer kassiert Was macht der mit mir? Er hat den Wax-Treffer einfach kassiert In die Birne Das sind nicht 5 Euro, das sind 6 Euro Perfekt Oh, schon wieder 6 Euro weg 6 Euro weg Voll die geile Sache Versuch das doch auch mal daheim Ist doch meh Guck mal, nichts Schon wieder hab ich's bekommen 6 Euro weg Das waren jetzt so viele 12 Euro ins Land gesetzt Innerhalb von 20 Sekunden Chillig Chillig Halloween könnte mal karten Halloween? War nicht Halloween schon? Ich weiß nicht was Da bin ich raus, Leute Da bin ich gewaltig raus Hey, Jungs, wir haben gerade auf drei Teile Von Trimax reagiert Wenn ein neues Teil rauskommt Sag mir Bescheid, wenn ich mal streame Dann reagieren wir auf den vierten Teil Ich find's auf jeden Fall geil Hat Bock gemacht Krieg von mir einen Daumen hoch Wenn euch das gefallen hat Gebt auch gerne einen Daumen hoch Gebt gerne ein kostenloses Abo ab Äh, schließt ein kostenloses Abo ab Und ich bin raus Jetzt ist es vorbei, ich weiß nur noch die Teile Ich bin rauskommt Und ich bin rauskommt Und ich bin rauskommt